Aber die erste Teilnehmerin ist die Nummer 10 von unserer Volleyballmannschaft. So, jetzt brauchen wir die vom Wechselgangs dahinter. Kommst du auf? Wo ist der Volk hier? Wir wollen schippen. So, Ladies and Gentlemen, wo sind die Damen dahinten? Aber das wirst du gleich, denn hier, Taligate Nummer 1, Saskia, ein Applaus nochmal für Saskia. Hier ist er und er kriegt jetzt mal einen riesigen Applaus, unser Bräugier des Jahres. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Von euch fliegt leider aus und ist nicht weiter. Das Leben feuert jetzt mal ein bisschen an, wenn wir uns die grünen ist, wenn wir uns nicht. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist da los? Das gibt's doch wohl nicht. Mein Gott, die sonst blasen und die schnuckeln. Einmal geht noch, einmal geht noch, einmal geht noch, einmal geht. Die drei, die die meisten Applaus kriegen, die gehen dann im Runde weiter und kommen ins Finale. Deswegen, ihr dürft jetzt alles geben auf dieser Bühne. Schmerz mit mir! 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 Ich bin schön, dass du mitgemacht hast. Ich bin schön, dass du mitgemacht hast. Und jetzt, Schmerz mit mir, gib mir noch mal ein riesen Rostapplaus, dass du mitgemacht hast. Dankeschön! 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 Ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff! Wir sind in der Ruhe der Skars! Jetzt den Applaus für den Großartig! Unser Platz Nr. 3 ist unsere junge Dame hier! Platz Nr. 2 und damit ist dann auch fest, wer Platz Nr. 1 ist. Aber erst mal gewonnen hat auf Platz 2 ist Benjamin! Er ist auch hier! Hier ist unser Platz Nr. 2! Stimm im Loo da! Wir haben ihn schweizen! Stimm im Loo da! Nichts! Ander. Na in der Welt! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020